Musik Wenn ich jetzt hier durchs Nordfeld gehe, ist es ruhiger geworden, schicker und sauberer geworden. Es ist richtig schön. Wir sind sehr zufrieden hier mit Louradis. Es wird was getan. Endlich mal. Louradis ist ein Bestandsentwickler. Wir kaufen Liegenschaften, die in die Jahre gekommen sind. Technisch oder kaufmännischer Art. Wir entwickeln diese Gebäude. Wir schaffen einen attraktiven Wohnraum, der am Ende auch bezahlbar ist. Wir fühlen uns eher in kleineren Städten wohl, am Rand von Ballungsgebieten. Städte wie Ratzeburg, Krefeld oder eben in Zelle. Wir sind hier im Nordfeld. Ich bin der Uwe Gerche, bin jetzt seit über 15 Jahren hier in Zelle und bin Hausmeister. Vor zwei Jahren sah es schmutzig, dreckig aus. Die Fassaden waren geschmiert. Die Kellerräume waren dreckig. Überall sind alte Möbel rumgeflogen. Da lagen die Fahrräder rum. Nordfeld hatte einen wirklich schlechten Beruf. Hier war die Polizei mehrmals. Man hat gesehen, das könnte ein sozialer Brennpunkt auch sein. Und da hatten wir gleich viele Ideen, was wir alles tun könnten. Die konkreten Maßnahmen, die wir in Zelle durchgeführt haben, waren vor allen Dingen erstmal Sauberkeit herzustellen. Dann haben wir dort Regeln festgelegt, dass sowas auch nicht mehr passiert. Und als drittes haben wir festgestellt, dass ein Ansprechpartner gefehlt. Die Leute von der Noratis sind oft hier, die Techniker vor allen Dingen. Man hat immer Ansprechpartner. Ansonsten haben wir in Zelle massiv investiert. Wir haben die Fassaden komplett renoviert, die Außenanlage neu gestaltet, Müllplätze hergestellt, die Treppenhäuser wieder auf neuestem Stand gebracht, Reparaturarbeiten durchgeführt. Aber vor allen Dingen haben wir die Wohnungen umfassend renoviert, um den Lehrstand wieder attraktiv zu machen für den Markt. Insgesamt liegt die Immobilie sehr schön. Zum einen liegt sie mitten im Grünen, zum anderen hat sie aber eine sehr gute Anbindung in die Stadt, eine gute Parkplatzsituation. Wir haben hier eine Grundschule, wir haben hier Kindergärten, wir haben Einkaufsmöglichkeiten. Ist alles vorhanden. Heute im Nordfeld zeigt sich die Liegenschaft von einer ganz anderen Seite. Es ist freundlich, hell, aufgeräumt. Wir haben hier sehr viele junge Familien. Die haben das sehr gut aufgenommen. Die sind sehr zufrieden. Ich fühle mich hier wohl. Wenn ich heute auf das Nordfeld schaue, dann muss ich schon zugeben, dass mich das mit viel Stolz erfüllt, was unser Team da geleistet hat. Das gibt mir schon das Gefühl, dass wir wirklich Gutes tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.